Also jetzt nimmt es auf, nicht ab. F5,6 und das ist Sony Objektiv das G Master 24mm dran. Jetzt habe ich mal die Pfote dran. Jetzt müsste die eigentlich scharf sein. Jetzt müsste die Flasche scharf sein. Macht ihr das? Ja, jetzt hat er es gemacht. Und jetzt? Hat er auch genügend Licht? Jetzt ist es nicht scharf. Noch einmal. Das ist jetzt scharf. Jetzt drücke ich. Jetzt ist es scharf. Dann verwirrst du es nicht. Oder? Das ist nicht scharf. Jetzt drücke ich noch einmal. Da hat er mit dem Fokus. Dann machen wir das noch einmal so. Jetzt ist die Hand scharf. Das ist doch nicht scharf. Das ist doch nicht scharf. Jetzt drücke ich. Oder der Fokus ist ein absoluter Kack. Und der S3. Dann drücke ich. Dann drücke ich noch einmal. Jetzt? Jetzt hat er es ja. Ich habe gedrückt. Noch einmal. Oh, jetzt hat er es doch noch erwischt. Oder nicht? Dann drücke ich noch einmal. Jetzt drücke ich. Jetzt ist es scharf. Man sieht sie, oder? Ja. Jetzt ist es gedrückt. Ja, das geht nicht so gut. Ich schau es mal am Fernseher.